Die Atmosphäre hier auf der IHW ist sehr spannend. Sehr viele unterschiedliche Hersteller aus unterschiedlichsten Produktkategorien. Ich gehe durch und habe immer einen Punkten in den Augen, weil ich sehe, was könnte ich vielleicht kaufen oder was lässt sich gut verkaufen. Und dementsprechend sehr, sehr viele Möglichkeiten, die ich hier sehe. Ich bin jetzt gerade auf der IHW-Messe und seit gestern haben wir so viele Needs, dass ich dann im Vergleich zu allen anderen Messen, die ich teilgenommen habe, immer vergleichbar ist. Warum zur IHW kommen? Tatsächlich ist es so, dass ich seit vielen Jahren hier bin. Ich habe schon viele Speaker mir hier angeguckt, als ich sogar angefangen habe mit Amazon. Einen Besuch kann ich nur empfehlen. Einmal mal vorbeikommen und sich das Ganze anschauen. Ultra interessante Messe. Was ich hier sehr gut finde, man kann die Sachen haptisch anfassen. Die Aussteller sind da, die haben ihre Produkte mit dabei. Man sieht wirklich, was verkauft wird. Und von daher, extrem interessante Messe. Mein persönlicher Messerückblick ist auf jeden Fall, für uns war die Messe wie immer großartig. Und das Wiedersehen in der Branche macht auf jeden Fall Spaß. Mir gefällt am besten an der IHW, dass man auf jeden Fall zu diversen Themen abgeholt wird. Speziell in der E-Commerce-Arena, das ist ja auch unser Thema. Dass man da wirklich Meinungen und Vorträge aus diversen Bereichen hat. Und der E-Commerce von vorne bis hinten behandelt wird. IHW. Europas größte Order-Messe. Jetzt Tickets sichern und inspirieren lassen.